Es gibt Menschen, die können nicht abknien. Natürlich können die genauso Jaido machen. Also führe ich jetzt die erste Kata Sete Jaido Mahi im Stehen vor. Es gelten alle Erklärungen, die ich für die sitzende Form abgegeben habe. Also schaut euch die in Ruhe an, wendet es auf die stehende Form an. Das Einzige, was ihr anders machen müsst, ist ihr Knie nicht ab. Noch einmal zur Seite. Amen. 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 Die 10. Die 10. Geschwindigkeit ist immer langsam. Es ist wie früher bei der Ente, bei CV Citroën, beim Fahren, langsam schneller werden. Es ist kein Angriff in der üblichen Art. Es ist ein kontrolliertes Ziehen und Schneiden. Vielen Dank. Amgen. Die 10.